Hallo Krapfen da draußen, zwar habe ich mir so eine Truhe, denn ich habe einen Schlüssel, yeah, 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 außerdem, was könnte anders geben als Schwerter, 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 Ritterliche, so, 158 Gold, oh, Jesus, Maria, schauen wir, was da drin ist, Komm schon, skier es, was, was, oh, voll der Schoss, haben wir nicht, wenn wir nicht klicken, na, 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 wie kann ich, so, Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrahen. Komm schon, der Maroon. Wow, der Maroon, yeah, baby, der Maroon, yeah. Yeah, pfuh, man, pfuh, man, pfuh, man, yeah, Bratz, Bratz, da ist die Fratze von Dämmerung. Da ist die Fratze, mach mal kurz, ah, 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 Photoshop und schick mal das wem. Na, kleines Video. Hey, schau, schau, der Maroon, der Maroon, der Maroon, der Maroon, der Maroon, siehbe da, der Maroon, der Maroon so gut machen wir weiter vielleicht kommt ein zweiter zweiter wäre geil schicken wir das gleich ein zweiter wäre cool cool so weiter wäre cool ich betreibe es jungs wenn man sich betreibe es manchmal macht aber nix da ruhig übertreiben was kommt raus wenn ich viel mal dämmerung reinhau allegy zölzene tamo laus kje jonge los mit dir Komm schon, komm schon, die Heide. Heide, Lämmerung, Heide, kommst du wieder. Ich emperor, Heide, Lämmerung, Heide, Lämmerung, Heide, Lämmerung, Süsser Satz, süsser, süsser Satz, noch einer. Ah, Shaco freut sich einen ab, so, bisschen Werbung für seinen Kanal, erst Demarock, warte, was ist er, er kommt noch einmal, komm, er ist auch einmal, komm, er kommt noch einmal, ich hab sie nah an, diesen Teil habe ich nur die, die goldenen, rein exotischen, kommt der nächste Teil, oder mal schauen, vielleicht habe ich sie jetzt, genau, wie ich gerade Bock hab, diese literaten habe ich nicht um was, sind wir, äh, 1,100? Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Das ist ja besser als die Ausbeute. Das war's hier mit Dameroom Band. Das ist ja das Ganze. Viel Spaß. Bis zum nächsten Kropfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.